Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Tutorial, in dem ich euch heute zeigen möchte, wie ihr die einfachste Raid Farm in Minecraft bauen könnt, mit der ihr innerhalb von kurzer Zeit Totems und Emeralds en masse bekommen könnt. Das coole ist, die Raid Farm ist tatsächlich so einfach, dass man die gefühlt von Tag 1 in Minecraft bauen kann, ohne großartig viel Kenntnisse, Erfahrung oder Materialien zu benötigen. Die Technik hinter dieser Farm ist dabei tatsächlich denkbar einfach. Wir begeben uns als allererstes zu einem Villager Outpost, wo wir uns den Bad Ohm-Effekt im Idealfall auf der Stufe 4 organisieren. Mit dem Bad Ohm-Effekt auf Level 4 kehren wir quasi hier zu unserer Farm zurück, begeben uns unten in die Kammer und da hier unten ein Villager steht, lösen wir damit einen Raid aus. Dadurch, dass wir eine große freie Fläche um unsere Spawn haben, spawnt mit der nächsten Raid-Welle bestimmt der nächste große Trupp. Ihr seht's, hier sind die Pillager gespawnt, sogar mit einem großen Biest. Die Monster bzw. die Pillager greifen jetzt den Villager an und versuchen diesen umzubringen. Dabei passiert es natürlich, dass die Villager bzw. Pillager beim Versuch, den Villager anzugreifen, hier im großen Wasserloch landen. Sie treiben hier vorne zur Mitte, bekommen eventuell hier unten schon ein wenig Damage durch die Lava, fallen aber in der Regel in das Loch hier unten und werden dann in das Boot reingeglitscht. Sobald die Villager bzw. Pillager im Boot mit dem Villager sitzen, kommen sie mit dem Kopf in die Lava, der sich im Cauldron befindet und sterben. Die großen Monster, die hier oben sind, die werden durch die Lava gegrillt und verlieren natürlich auch so ihre Sättel. All die Items, die wir hiermit farmen, landen dann letztendlich in der Kiste hier unten und das hier ist das Ergebnis eines Raids. Also für Tag 1 tatsächlich super super viele Totems und weitere nützliche Materialien. Damit ihr nun diese einfache Raid Farm nachbauen könnt, braucht ihr nicht wirklich viele Baumaterialien. Alles sollte einfach zu bekommen sein. Ihr könnt an dieser Stelle am besten einmal das Video pausieren, euch die Materialien zusammensuchen und dann geht es jetzt schon los mit dem Tutorial. Los geht es mit dem Tutorial, indem wir uns im ersten Schritt einmal eine gute Position für unsere spätere Raid Farm raussuchen. Ich würde euch empfehlen, dabei in der Nähe eines Villager Outposts zu bleiben, sodass wir uns schnell und einfach immer wieder den Bed-Omen-Effekt holen können. Wichtig zu beachten ist, dass wir nicht zu nah an diesem Outpost dran sind. 150 Blöcke Abstande sollten mindestens zwischen unserer Farm und dem Outpost liegen. Zur eigentlichen Position der Farm sei so viel gesagt. Ich würde empfehlen, diese in einem Plainsby umzubauen, da wir hier in der Regel möglichst wenig Höhlen und Hindernisse haben. Das Ziel soll ja nachher sein, dass die Pillager, die spawnen, möglichst schnell und einfach zu unserer Farm finden und so wir ganz schnell und einfach große Mengen an Emeralds oder auch Totems bekommen. Das heißt, ich habe jetzt so eine perfekte Position rausgesucht und begebe mich jetzt hier quasi in die Mitte, um unsere Farm zu bauen. Los geht es, indem wir uns einmal auf der freien Fläche ein 5x5 Block großes Loch graben. Nachdem unser 5x5 Block großes Loch fertig ist, nehmen wir uns einmal einen Wassereimer und setzen diesen in eine der Ecken. Das Wasser treibt nun in die gegenüberliegende Ecke. Nun nehmen wir uns hier einmal 8 Baublöcke und setzen noch 2 weitere Slabs oben an die äußeren Kanten. Nun nehmen wir uns einmal ein Schild, setzen es an die untere Baublockebene. Hier wird nachher die Lava sein, sodass alle Pillager und die berittenen Tiere hier in die Ecke getrieben werden. In der Ecke stehend graben wir uns nun hier einmal 1, 2, 3 Blöcke nach unten und nun entfernen wir auch diese 3 Blöcke und setzen hier vorne einen Slab in der Ausrichtung nach oben. Das heißt, wir haben jetzt hier ein 2x3 Block tiefes Loch mit einer Slab oben drüber. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir jetzt nach hinten und graben einmal eine 2 Block Breite und 3 Block tiefe Kammer aus. Weiter geht's, indem wir nun einmal hier nochmal 1, 2, 3 Blöcke entfernen. Jetzt nehmen wir uns ein Komposter, wichtig nachher für den Villager, dass er einen entsprechenden Job hat und platzieren ihn quasi hier auf der Kante. Nun nehmen wir uns ein Schild, setzen es quasi diagonal zum Komposter und nehmen uns einen Wassereimer, sodass das Wasser hier die Pillager nachher nach vorne treibt. Damit wir den Loot aufsammeln können, setzen wir hier vorne einmal eine Doppelkiste und in diese Doppelkiste lassen wir einen Hopper zeigen. Nun nehmen wir uns ein Bett und platzieren es hier gegenüber vom Schild. Nun müssen wir ganz genau aufpassen. Wir entfernen als erstes 2 Blöcke hier vorne temporär und nehmen uns jetzt ein Boot, das wir mit Blickrichtung auf das Bett hier vorne auf diese Kante setzen. Nun gehen wir in das Boot und fahren quasi hier in die Ecke zwischen unserem Arbeitsblock und dem Bett rein. Nun drehen wir das Boot, sodass es quasi parallel zum Arbeitsblock ist, in Richtung Bett zeigt. Nun steigen wir aus, indem wir in die andere Richtung, also weg vom Arbeitsblock gucken und jetzt sollte das Boot perfekt positioniert sein. Nun brauchen wir einmal einen Cauldron, den wir hier vorne setzen und einmal mit Lava füllen. Zusätzlich brauchen wir noch eine Trapdoor, die wir jetzt hier an den Cauldron setzen und schließen. Die Monster bzw. die Pillager werden nachher dann hier durch das Wasser in den Cauldron mit der Lava reingeschoben, fangen dort an zu brennen und damit die nicht hier durchglitschen, ist noch quasi die Trapdoor da. Nun schließen wir hier vorne einmal die Kammer, gehen hier an die Rückseite, gehen ein, zwei Blöcke nach hinten und graben uns einmal nach oben. Hier können wir uns jetzt einmal eine Leiter nehmen, die nach oben führt und wichtig ist hier oben auch noch mit einer Trapdoor zuzumachen, nicht dass uns nachher die Pillager hier rein verfolgen. Die Farm ist nun so gut wie einsatzbereit. Was jetzt noch fehlt, ist ein Villager, den wir hier zur Farm transportieren. Achtet drauf, die Raidfarm auch nicht zu nah an euer Dorf zu bauen, falls es in der Nähe ist. Nicht, dass ihr dort aus Versehen den Raid auslöst. Den Villager transportieren wir nun mit dem Boot hier vorne einmal ins Wasser. Wir steigen aus, ohne ins Loch zu fallen und bauen hier einmal das Boot ab. Ihr seht, der Villager hat direkt den Job angenommen und sollte zeitgleich auch direkt hier unten im Boot gelandet sein. Perfekt, jetzt schließen wir die Tür, nehmen noch den Lave-Eimer, platzieren ihn hier oben und jetzt können wir die Farm schon in Betrieb nehmen. Um die Farm zum Laufen zu bekommen, begeben wir uns zum Outpost und versuchen uns den Bad Omen-Effekt zu holen. Den bekommt ihr, indem ihr den Captain eines Raiders umbringt. Das ist der Dude hier mit dem Banner. Ihr seht, entweder ihr bekommt direkt den Bad Omen-Effekt oder die Omnius-Bottle, die ihr trinken könnt, um den Bad Omen-Effekt zu bekommen. Ich würde euch empfehlen, möglichst ein hohes Level vom Bad Omen zu sammeln oder möglichst viele Flaschen zu bekommen. Zack, zack, zack und zack und da haben wir schon Level 2. Mit unserem Bad Omen-Effekt oder mit unseren Flaschen begeben wir uns jetzt wieder zurück, schließen die Kammer, stellen uns hier vorne auf die Kiste und nehmen jetzt hier unsere Omnius-Bottle, damit wir den Bad Omen-Effekt bekommen. Ihr seht's, Level 4 ist schon am Start und nun müsste sich hier vorne der Raid anfangen zu bilden. Der Raid startet und nun müssen wir uns bereit machen, dass es hier gleich sofort losgeht. Auf die Kiste, fertig, los. Nun müsst ihr einmal wirklich ganz genau aufpassen. Der erste wichtige Tipp, ihr müsst mindestens eine Eisenachst verwenden. Kein Schwert, mindestens eine Eisenachst oder eine Diamantachst oder besseres, aber wichtig eine Axt. Denn wir brauchen diese Axt jetzt gleich, um die Monster zu schlagen, die hier in die Raidfarm reintrocknen. Ganz besonders wichtig ist das für die Evoker, die diese kleinen fliegenden Monster, die Vexes, spawnen. Genau diese wollen wir töten, bevor die irgendwelche Vexes spawnen. Erstmal zur Technik, es funktioniert wie gesagt so, dass hier die Monster jetzt ins Wasser laufen, in die Mitte getrieben werden und im Boot landen und wir die dort besiegen können. Damit ihr das Boot nicht kaputt macht, könnt ihr euch am Anfang auch einmal die Hitboxen mit F3 und B einblenden lassen, sodass wir das Boot nicht schlagen. Wichtig ist nicht zu shiften und jetzt mit der Axt, nachdem die Monster fünfmal von der Lava Schaden bekommen haben, diese platt zu machen. So sterben die Evoker hundertprozentig und keine Vexes spawnen. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal bei der nächsten Runde aus. Hört genau hin, übt ein wenig und dann ist das wirklich kinderleicht. 1, 2, 3, 4, 5 schlagen, 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 1, 2, 3, 4, 5 schlagen. Perfekt, so einfach ist es und jetzt spielen wir den Raid einmal im Schnelldurchlauf durch. Und damit ist es vollbracht. Ungefähr 10 Minuten später haben wir jetzt hier den Raid geschafft. Und jetzt lasst uns mal in die Kiste gucken, was alles rausgekommen ist. Joa, ich würde sagen, für einen Raid Level 4 war das sehr, sehr gut, die Ausbeute. Und ihr seht, wenn man alles richtig macht, immer bis fünf zählt, bei den Hexen eventuell zweimal draufhaut, weil die sich in der Lava quasi mit einem Feuerresistanz selbst teilen können, dann ist alles perfekt und easy und ihr kriegt echt sehr, sehr coolen Loot. Um die Farm jetzt weiter zu benutzen, müsstet ihr jetzt wieder zum Outpost gehen, im Idealfall wieder Bad Ohm Level 4 bekommen und dann könnt ihr die nächste Runde hier starten. Ihr seht also, im Survival Modus ist es gar nicht schwer, so eine einfache Raid Farm zu bauen, mit der ihr vor allem im Multiplayer mehr als ausreichend Totems bekommt. Sollte die Farm bei euch nicht funktionieren, achtet wie gesagt darauf, eine große freie Fläche rund um eure Raid Farm zu haben, sodass die Pillager auch hier hin finden können, ohne irgendwie in Höhlen oder an Bäumen oder ähnlichen hängen zu bleiben. Damit sind wir auch schon offiziell am Ende des Tutorials angekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen in eurer Survival Welt. Wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben zu geben, einen kleinen Kommentar für mich da zu lassen und den Kanal kostenlos zu abonnieren. Dankeschön fürs Zusehen und bis bald zum nächsten Tutorial.